Wie heißen Sie? Samba. Ich hatte eine Aufenthaltserlaubnis beantragt und Sie haben mich eingebuchtet. Solche Wichser. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Schreibe ich das auch auf? Du musst Distanz halten, das ist total wichtig. Danke, Alice. Super, die Sache mit der Distanz hast du echt kapiert. Wir bleiben bei der klassischen Begrüßung. Küsschen rechts, links. Sie sind schon ziemlich speziell. Ja. Sie müssen Frankreich unverzüglich verlassen. Samba! Okay, schmeiß die Täter. Wieso hast du das gemacht? Du hast gesagt, schmeiß! Danke.